Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Vorhin war ja die Pressekonferenz unserem Co-Trainer Sven Piepenbrock, denn Trainer Dimitras Gramotzes fällt ja leider aufgrund einer Covid-19-Infektion aus und hat mal bekannt gegeben, welche Spiele alles verletzt sind und es fallen gleich neun Spieler aus. Und das ist schon wirklich der Wahnsinn, das wird sehr, sehr interessant gegen den FC St. Pauli. Währenddessen Domet Rechsler zum Glück zurück auf dem Platz ist und auch für morgen eine Option ist, fällt ja bekanntlich Simon Terodde aus. Da wäre schon mal der Verletzte Nummer 1. Außerdem ist Michi Lange natürlich nicht mit dabei als Langzeitverletzter, ebenso wenig wie Salif Sané. Zudem sind auch Schatkowski und Scholinov keine Option. Ebenso Marius Bülter, der nach einer Booster-Impfung einfach nicht so gut geht, was ja auch oftmals passieren kann. Da wurde aber auch schon ein PCR-Test gemacht, der zum Glück negativ ausgefallen ist. Das ist der sechste Ausfall. Zudem wird auch Florian Flick ausfallen, der im Training sich eine Verletzung hinzugezogen hat, der somit, oder das Spiel kommt für ihn einfach zu früh, womöglich aber zeitnah wieder eine Option. Jaroslav Mikhailov hat muskuläre Probleme, ist damit der 8. Spieler und auch Ralf Fährmann fällt aus, auch mit muskulären Problemen. Und da wird es natürlich schon interessant, weil dann hätten wir ja eigentlich keinen Torwart mehr. Aber auch da bietet unsere Jugend eine Lösung. Als Ersatztorwart sitzt Felix Wienand auf der Bank, der normalerweise eben in der Jugend auf dem Platz oder auf der Bank steht oder sitzt. Also das ist wirklich der Wahnsinn, dass 9 Spieler auf einmal ausfallen mit Terodde, Lange, Sané, Bülter, Schatkowski, Flick, Mikhailov, Cholinov sowie Ralf Fährmann. Das ist schwierig, das sind natürlich auch teilweise zwar Spieler, die eher auf der Bank sitzen, aber natürlich brauchst du auch da Spieler, die da nochmal reinkommen können. Und vor allen Dingen auch der Ausfall von Marius Bülter und Simon Terodde gleichzeitig wird sicherlich durchaus schwierig aufzufangen sein. Eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!